Am 16.03. steht mit Allesigen Kaiser das große Schlagerfest, die nächste Show mit Florian Sylvaisen in der ARD auf dem Programm. Es wird live aus Leipzig gesendet. Wir sind gespannt auf dieses Event, denn der Name lässt royale Unterhaltung mit vielen großen Stars und tollen Gästen erwarten. Los geht es an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der ARD. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Simino Rossi, Michel, Ben Zucker und natürlich Roland Kaiser. Alle singen Kaiser das große Schlagerfest mit Florian Sylvaisen. Geahnt haben wir das ja bereits, dass das nächste Fest mit Florian Sylvaisen am 16.03. in Leipzig stattfinden wird. Nun haben wir Gewissheit, denn bei den Schlager-Champions am Samstag gab der Moderator den Titel und den Termin der nächsten Show bekannt. Gesendet wird live aus dem Studio 3 der Media City Leipzig. Ein ganzer Abend für Roland Kaiser. Kein anderer Schlagersänger hat es mehr verdient. Mit alle singen Kaiser setzt Florian Sylvaisen, dem seit vielen Jahren erfolgreichen Künstler, ein kleines Denkmal in Form einer TV-Show. Im Mittelpunkt stehen die unzähligen Hits des gebürtigen Berliners. Wer erinnert sich nicht gerne an Songs wie Dich zu lieben, Siebenfässer Wein, Amore Mio, Schachmatt, Manchmal möchte ich schon mit dir, Joanna, Ich glaube es geht schon wieder los oder Santa Maria. Seinen letzten großen Hit landete Roland Kaiser gemeinsam mit Maite Kelly. Warum hast du nicht Nein gesagt, kam gerade bei den New World Fans richtig gut an. Überhaupt werden wir bei allesigen Kaiser am 16.03. in der ARD viele Duette zuhören bekommen. Maite Kelly selbst wird aber wohl nicht dabei sein. Sie spielt zeitgleich ein Konzert in Wetzlar. Trotzdem hat Florian Sylvaisen ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Als Gäste mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Olli P, Vox Club, Annette Louisanne, DJ Edzi, Kati Kelly, Semino Rossi, Sarah Lombardi, Michelle Ross Anthony, Bonnie Tyler und Ben Zucker.